Kann die Ukraine nicht einfach 100 bis 200 leere Marschflugkörper auf die Krimbrücke abschießen, dazwischen 10 echte und somit die Flugabwehr täuschen? Absolut, wenn sie 100 bis 200 leere irgendwo herbekommt. Wenn ich 100 bis 200 Flugobjekte habe, die eine ausreichende Radarsignatur zurückgeben, und da könnte man natürlich jetzt diese Attrappen nehmen, mir ist die Typenbezeichnung entfallen. Die Amerikaner haben den Ukrainern Attrappen geschickt. Das sind Störkörper, die eine Radarsignatur simulieren können. Wenn man von denen ihnen natürlich 200 gibt, dann kann man es machen, ja. Wenn sie tatsächlich irgendwie 200 Marschflugkörper irgendwo her hätten, warum dann nicht 200 mit Gefechtskorb schicken, um auf Nummer sicher zu gehen? Aber was sie meinen, ist im Prinzip kann man die Flugabwehr übersättigen. Ja, ganz klar, kann man. Nun würde ich jetzt, sollten wir erwarten nach normalen Maßstäben, dass die Russen ihre Flugabwehr an der Krimbrücke entsprechend konzentriert haben, dass dies nicht ohne weiteres möglich ist. Aber wenn wir jetzt mal ihre Zahlen nehmen würden, irgendwie würden es die Ukrainer schaffen, 200 Stormshadow auf einer Salve abzuschießen. Die sollten durchgehen. Also da würde wenig Zweifel meinerseits bestehen, dass die nicht durchkommen. Erst recht, wenn wir angesehen haben, wie spät die im Radar sichtbar werden. Aber wie gesagt, wie bekommt man 200, wo bekommt man die her? 200, die die Signatur haben, die Reichweite, die Geschwindigkeit, um glaubhaft zu wirken. Wie bekommt man die in die Luft? Denn Stormshadow brauchen ein Flugzeug, um abgefeuert zu werden. Sofern die Ukrainer nicht mal wieder ihre geniale Improvisation hinbekommen und irgendeinen Katapult bauen, um das Ding wie eine V1 vom Boden zu starten. Könnte zumindest theoretisch möglich sein. Oder mit irgendeinem Raketenschlitten oder sowas starten. Und sofern sie das nicht hinbekommen, brauchen sie Flugzeuge. Und sie haben gar keine Flugzeuge in dieser Zahl, um das zu können. Aber kann man die russische Flugabwehr übersättigen? Völlig klar, das ist reine Mathematik. Die kann nur so und so viele Ziele gleichzeitig beobachten, verfolgen und bekämpfen. Und jedes Flugabwehrsystem hat nur so und so viel Munition. Und die ist nach kürzester Zeit dann leer. Ich hoffe, das Video war interessant für Sie. In diesem Fall möchte ich Sie herzlich dazu einladen, nicht nur diesen Kanal hier zu abonnieren, sondern auch meine anderen Präsenzen, im Besonderen natürlich den Hauptkanal Militär und Geschichte mit Horsten Heinrich. Die Links dazu finden Sie in der Beschreibung. Bis bald und auf Wiedersehen.